Willkommen zurück auf MONFINZERNES TV. Diesmal mit perfekter Webcam-Einstellung und mit einem sprechenden Gast. Richtig. Sag mal Hallo Paul. Hallo, herzlich willkommen im besten Video-Format, das es jemals gegeben hat und geben wird. Richtig. So, dann ist es ja wieder Mittwoch, wie ihr wisst. Mittwoch ist Gaming-Tag. Und viele von euch haben in die Kommentare geschrieben, Leon, Mensch, alte, alte Leak-Sau. Mach mal wieder Leak. Und ich mach halt dann mal wieder Leak, ne? Oh. Nein. Und ich hab... Also wie gesagt, wenn Leak, dann hockst du dich, gewinnen wir. Nein. Schade. Ah. 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 Oh. Oh. Okay. Nice, nice, nice. Spaß, Spaß, Spaß. Aua. Komm zu mir. Okay. Sounds like some Supporter-Items. Yes. Liebe Leute, das war's von League of Legends. Wenn ihr sagt, Paul, Mensch, der hat echt, der hat echt gut gespielt, ja, dann, ähm, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Ich glaub, das würde diesen Jungen echt was bringen. Nächstes Mal gibt's ein bisschen was anderes. Gibt's eher so mit Pistolen und sowas. Nämlich PUBG. Das kann ich noch empfehlen. Ja, checkt mal, checkt mal die Videos aus, die da, die da drüben sind. Hier. Ja, checkt das mal aus. Und, folgt mir doch auch auf Instagram oder auf Snapchat. Und, ja, was ich auf jeden Fall noch sagen wollte. Ja, hier. Vielen Dank.